Ja, ich bin Holger von Fernsehkritik TV und ich bin heute auf dem YouTuber-Treffen auch, weil ich nebenbei Pantoffelkino TV mache. Das ist auch ein YouTube-Format, das ich mit meinem Kumpel Mario mache. Aber die meisten kennen mich eher von Fernsehkritik TV. Ach, eigentlich ist das mein Hauptprojekt. Ach, die beiden. Ja, ich bin genug beschäftigt damit. Also ich bereite gerade ein Fan-Treffen in Köln vor, weil ich im Juli in Köln bin, wegen einer Verhandlung gegen RTL. Und da bin ich gerade so ein bisschen am Plan. Und ich plane schon für die 100. Folge im September. Da bin ich auch schon so ein bisschen am vorbereiten. Ich will gegen RTL gewinnen. Ich will RTL niedermachen, in die Knie zwingen und zwingen, dich zu machen. So. Schaffe ich aber nicht. Ich war doch jetzt vor letzter Woche im Kino. Wir haben mal ein Blackout, ne? Ähm... War das Iron Sky? Ich glaub ja. Iron Sky war's, glaub ich. Ich weiß nicht mehr. Mit welchem YouTuber? Gute Frage. Mit Frank Tausch, Filmkritik TV. Der wurde leider in Hollywood. Ist schwierig. Aber den find ich super. Den mag ich gern. Gute irritating,holesurgence ging. Gutearti bistructor mal erle Fay, nie?